Moin und herzlich willkommen aus Zell am Zeller. Moin aus dem Trainingslager aus dem wunderschönen Zellertal. Ja, der Mann, dem diese Karte hier gehört, das ist das frischste Gesicht von 28 Spielern, die mit Werder ins Trainingslager gereist sind. Lasse? Moin, herzlich willkommen. Danke, ich muss noch kurz meinen Koffer tauschen. Viel Spaß im Trainingslager. Moin. Ja, viel Spaß auch euch im Trainingslager, denn ihr könnt mit dabei sein, mindestens genauso nah wie wir. Dafür braucht ihr eigentlich nur ein Smartphone oder irgendwie Internetzugang. Was genau die Mannschaft hier macht, dafür springen wir mal ganz kurz ein Stück zurück. Halt, so weit wollten wir überhaupt nicht. Eigentlich wollten wir nämlich hier hin, denn Anreisetag heißt auch Vorbereitungstag. Der Rasen ist gestutzt. Sebastian, unser Greenkeeper, liniert hier noch ordentlich das Feld. Ja, und dann ist alles bereitet für Schweiß im Grün-Weiß. Das ist das Zuhause unserer Jungs für die nächsten Tage und euer Zuhause sind unsere Kanäle. Wir nehmen euch mit. Mit eurem Smartphone seid ihr überall dabei. Außer hier. Hier bei YouTube gibt es drei Zimmerduelle in nur einer Woche. Und damit wir euch euer Lieblingsformat noch ein bisschen näher bringen, swipen wir rüber zu Instagram. Ja. Zimmerduell live. Weltpremiere auf unserem Insta-Channel und zwar am Freitagabend und nur am Freitagabend. Was willst du mit der Euro, wenn du bei uns vom Sofa fällst? Dazu findet ihr hier bei Insta natürlich ein Live-Chat mit einem Werder-Spieler. Die absolut schönsten Bilder aus dem Werder-Trainingslager im Zillertal. Und was Reels so hergibt, werden wir auch mal ausprobieren. Seid ihr ja auch noch? Facebook? Ja? Ja? Soll ich sagen? Okay. Trainingsarbeit und Live-Chats. Das findet ihr hier. Und wann genau und wen genau, das seht ihr am allerbesten, genau, bei Twitter. 240 Zeichen Platz für so viele Informationen. Transfers, Trainingszeiten, Personal-Updates und News. Twitter ist quasi unser Programm-Update in Echtzeit. Wow. Immer noch Zeichen übrig? Hier könnte euer Hashtag stehen. Hashtag Zillertal, Hashtag Werder. Jo, das passt genau. 240 Zeichen. Und dann gibt es natürlich auch noch unser digitales Zuhause, das Wohn-In-West-Weser-Stadion in Nullen und Einsen sozusagen. Da fühlen wir uns besonders wohl, genau wie hier im Zillertal. Und bei werder.de, da findet ihr natürlich nicht nur alles zusammen auf einem Fleck, sondern auch noch Shirts unserer Jungs beispielsweise. Und vor dem Spieltag ist auch besonders wichtig, die Spiele gegen ZSKA Sofia und Zenith St. Petersburg, die seht ihr live und exklusiv bei werder.tv oder bei YouTube im Stream. Werder im Zillertal 2021, wir freuen uns drauf. Ihr auch?